Herzlich Willkommen, ein fröhliches Omo-Ruin, zurück zu Let's Play Chrono Trigger. Wir haben uns im Magos Schloss eingenistet und sind auf der einen Seite schon fertig und machen jetzt auf der anderen weiter. Ich habe in der letzten Folge mit einem Satz beendet, den ich nicht beendet habe, nämlich, dass wir noch weiter müssen. Alles klar. Na komm, wir machen die mal. Oh! Hallo? Tanz, Tanz, denn heute Nacht wird unser Anführer geboren. Ah, hier kommen die Opfer. So, Angriff. Tschüss. Einfach angreifen. So viel können die nicht drauf haben. Ich muss unbedingt Eter futtern, bevor ich durch die nächste Tür gehe. Klunk. Sehr gut. Nur ein Narr würde etwas töten wollen, das schon tot ist. Menschen! Hö, 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 Hö. Was da denn? Tschüss. Schön. Das war gut. Das war ja wie ausgemessen gerade. Meine 400 hast du weggenommen. Genau. Ah, sehr schön. Kriege ich Eter? Ja. So, dann lass mich jetzt mal was zu mir nehmen. 10 MP für... Wie machen? Ähm... 30 MP für... Äh... Hier. Es lohnt noch im Ersten. Gut. Wir machen weiter mit den drei. Hä? Bitte helft mir. Erlöst uns von diesem Feind. Quack, 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 quack. Hallo? Einfach angreifen. Hier. Schwester... Schwester Gisela zuerst. So. Klunk. Wer lacht denn da immer? Ist das Ossi? Sehr schön. Erfahrung, Tech-Punkte, Gold, lalala. Hm. Wie seid ihr an meinen Leichenfreunden vorbeigekommen? Langes Zehers für Slush. Slush heiß ich. Du Schleimbeutel. Immer noch so witzig. Was, Glenn? Wäre Sios das letzte Mal nicht da gewesen, würdest du jetzt anders reden. Du hättest auch einer von den Knochenmännern werden sollen. Angriff. Angriff, Angriff, Angriff. Na super. Frock, alles in Butter. Komm mal. Jawoll. Jawoll. Kräftig drauf. Oh, oh. Wir greifen erstmal nur normal an. Wir brauchen die Magie noch. Dringend. Nachher. Glaube ich. Jedenfalls. Ähm. Schon wieder. Der kann sich mal selber wieder anlecken hier. Da. Och, Mendo, immer auf da, weißt du. Nein. War der falsche. Mist. Falschen geheilt. Tschuldigung. So. So viel kann er doch nicht haben, oder? Äh, 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 äh. Gut, jetzt könnte er langsamer geheilt werden. Was war das denn? Okay, machen wir ernst. Das wird mir verdammt gut tun. Letztenswert. Und dieses Mal ist kein Cyrus da, der dich beschützt. Ihr wagt es euch, mir entgegenzustellen. Warte, warte, warte. Geh, Vita. Sehr gut. Was hat das denn? Geplitter fand ich, glaube ich, gar nicht so schlecht gerade. Mach dem Wasser nochmal hinterher. Oh, war doch schlecht. Lass mich raten, normale Angriffe sind besser. Vielleicht sollte ich mich mehr aufs Heil hin spezialisieren. Ja. War ja witzlos gerade, ne? Können höchstens noch... Oh, ja. Können wir jetzt nochmal einen dreifacher Angriff versuchen nachher? Hm, das sieht nicht gut aus. Hier, versuchen wir mal den. Okay, so langsam muss ich aber was tun, ne? Oh, schön. Ach, immer auf die beiden. Nein, nicht Eta. Oh, jetzt hat er Eta genommen. Ich dachte, das war Heilung. Ich dachte, das war Heilung. Verdammt. Wir machen mal einen Stich. Die können sich immer gegenseitig, äh... und so. Natürlich. TK und Roro können noch einen Schluck vertragen. Mach doch mal deine... Oh, Raketrolle. Hallo? Das ist eigentlich eher gegen alle Gegner gut. Das war sinnfrei. Nicht so viel nutzlos zaubern. Mach mal lieber einen normalen Angriff. Hobo könnte sich selber nochmal... So. Brauchst du mal ankommen lassen auf einen schönen Dreifachschlag. Komm schon. Ja. Und danach TK heilen. Und Frog heilen. Frog. Sehr gut. Alter. Hobo, das fand ich gut. Okay. Hobo könnte auch noch einen Hub vertragen. Ja. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Oh Mann. Kann gar nicht so schnell. So. Brr-brr-brr-brr-brr-brr-brr. Nein. Äh. Egal. Egal. Ich muss nochmal so einen machen. Weil der so gut ist. Ha! Ha! Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ist das auch mal gut hier? Darf ich auch mal? Ich lass mich noch nicht fertig machen hier. Die greifen einfach mal so an. Ha! Ach du Scheiße. Oh, 500 Erfahrungspunkte. 10 Tech-Punkte. 1500 Gold. Gold. Und fassbar. Aber da ich als Markus nur einmal schuldig war. Bereue ich keine Minute. Blink. Ein Schwert. Einen Schlitzer erhalten. Oh, Schlitzer. Geschwindigkeit plus 2. Cool. Die Frog braucht das bestimmt nicht. Ich möchte gerne die Gruppe mal ein bisschen austauschen. Geht das? Ah, klöng. Das Magiersschloss. Tauschen wir mal gegen Luca. Haben wir einen Heiler weniger. Okay. Ein bisschen mehr Magie. Ob das was bringt? Ähm. Moin Jungs. Muss man eben durch, ne? Weitermachen. Dumm. Was denn jetzt wieder? Oh. mehr hast du nicht drauf ich halte erst mal ein bisschen durch noch ein bisschen mehr kommentieren ich bin so konzentriert zurzeit sorry kompliz und grämmalkin hier tschüss aber was hat ja wo immer auf die umme Ich muss mal einen Schluck trinken. Moment. Das auch noch. Ich muss mich gerade mal beeilen zum Schlürfen. Mhm. Warte mal. Ich bin doch noch gar nicht so weit. Das wollte ich nicht. Okay, das wollte ich. Das wollte ich schon, aber... Hallo? So. Komm, das müssen wir doch jetzt gleich geschafft haben. Warte. Das finde ich mal mehr. Ja, das könnt ihr gerne machen. Ja, von mir aus ist der Zauber wenigstens weg, ne? Klub, klub, klub. Genau. Schade. Ich dachte, der wäre jetzt ganz weg gewesen. Na, na. Na, na. Na, na. Och, Mendo. Lass vorgehen. Cool. Schön. Lass es einfach mal darauf ankommen. Da braucht noch einmal getroffen werden. Da ist er hinüber. Mach ihn fertig. Jawohl. Mach den auch fertig. Schön. Schöne Sache, Harry. Gespart ist das trotzdem nicht. 1200 G. Die Karte wird aufgestuft. Gefrocklerend irgendwas. Heilen. Heilen. Füllt mehr. Alle. Äh. Ja. Badass. Normal. Nebelrohre. Die nehmen wir erstmal mit. Wo denn? Wer braucht die denn? Ähm. Nebel. Nebelrohre. Nebelrohre. Ha. Ja, sie. Aber wer denn noch? Ähm. 80 Schild. 67. Sehr schön. Nimmst du mal die Nebelrohre. Für dich haben wir vielleicht noch eine Rubinweste. So, jetzt haben wir noch einen Titan und einen Goldanzug. Nix für Robi. Äh. Nix für niemanden. Äh. Ja. Oh, echt keiner. Okay. Das ermüdet mich. Slash. Flair. Tut uns leid. Aber sie können dir nicht helfen. Quack. Du Fliegenfressener. Aus. Oh, sie sitzt in Apache. Äh. Tschüss. Es gibt keinem Kommen. Na, großartig. Willkommen. 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 Schnell. Eine dunkle Rüstung. Was macht denn die dunkle Rüstung? Magieverteidigung plus 5. Wer braucht das denn am meisten? Er hier. Nein, wollte ich gar nicht. Mesopanzer ist besser. Wer kann die dunkle Rüstung nehmen? Wer braucht mehr Verteidigung? Sie. Schade. Oder sie. Schade. Äh. Sonst noch Frog, ne? Ja. Boah, den Goldanzug jemand? Ich glaub nicht, ne? Nö. Muss ich mich nochmal heilen? Ähm. Ne. Wie wär's damit? Nein. Aber. Unmöglich. Ja. Tschüss. Ein Todesfinger. Was ist denn? Was ist denn ein Todesfinger? Mal gucken. Kann das jemand tragen? Todesfinger. 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 Das ist bestimmt für den Robo. Ja. Was das auch immer sein soll. Ähm. Wir machen ja eine kleine Aufnahmepause. Ich werde beim nächsten Mal hier an dieser Stelle weitermachen mit euch. Ich sag erstmal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020